Ja, Dr. Fleschendecker hier, ich erleide gerade eine lebensbedrohliche Gesundheitskrise. Nein, das hat jetzt keine Zeit! Jetzt hören Sie mir mal zu! Sie vom Sozialstaat gemessener ungeschildter Friseurlentrampel! Ich bin Privatpatient! So, wenn er laucht, auf der Liege Platz zu nehmen Gerun, eine glückliche Koinzidenz, will es, dass eine magnifizient beläumendete Privatklinik in kürzest erreichbarer Schiebeweite sich befindet. Gehen wir, Burschen! So! Um Gottes Willen! Mein Guter, Sie sind Privatpatient in Not. Sagen Sie mir doch, was ist denn passiert? Es war schrecklich. Ich hab mich verkutzt an einem Lieberglis-Semmel.